Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu einer neuen Runde Super Smash Bros. Ultimate. Wir spielen jetzt den 8er Smash. Vier Teams und zwei Spieler. Mein Team ist bereit. Ich mache den Kämpfer wieder und Wario ist mein Pumpel. Okay, hier starte ich. Ich finde, das einzige was scheiße ist, dass die Spawnpunkte so scheiße gesetzt sind. Wo bin ich? Da. Okay. indo Maria Wah, die Weg. Das ist ein Hammer. Okay, ich komme dir zur Hilfe. Scheiße! Shit! Was? Du hast mein Bohr offen gewissen? Na warte! Was? Had ein Ohren , ha 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 ha! Had ein Ohren , Sohren! Also machen die Kämpfe auch wenigstens Sinn. Gewinner ist immer Zufall, weil da kommt es nur aufs Glück an. Dunkle Samus, oh Gott, und Simon. Ah, geht der Kampf langsam los, ich wollte schon sagen. Okay, mein Stern. Komm her, du Sau. Oh Gott. Pass. 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 Das ist das Zache. Karlsson! Mist! Ich dachte, ich hätte jetzt noch ein paar Kills kassieren können. Aber wir haben gewohnt! Sag mal, kann ich auch dieselbe? Nee, kann ich nicht. Okay. Simon! Simon! BAM! Okay. Wario kam mit einem Byte vorbei. Und rettet mir das Leben. Jetzt muss ich mir zusehen, dass ich ihn in die Hälfte... ... 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 6 Chaos hatte ich, da konnten wir einfach nur gewinnen. Ne, 9 sogar. Dann nehm ich mal wieder den Richter. Oh nein, nicht Lucina! Oh, Roy ist auch dabei. Diesmal nicht der Cooperling. Komm her! Ja! Okay, ich bin wieder auf dem Boden. BAMS! Nichts, Haroken! Scheiße! Was war das denn? Hier wird nichts, Haroken. Hab ich dir schon mal gesagt. BAMS! 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 Das Chaos hätte sowieso nicht mehr gezählt. BAMS! 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 Ja, 8 Leute, das ist echt heavy. Und nicht schon wieder diese Melinda. Ich finde auch irgendwie, dass sich der Kampf so langsam lädt. BAMS! 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 Ach so! Mein Bro ist mir verschützt gegangen. BAMB! BAM! Demn nach oben. BAM! Gas! Again ... Energness... Oh nein! Die dumme Kuh! Was? Du hast Faria auf dem Gewissen, du Sack! Ja, genau. Genau, die muss gewinnen. Junge Link! Bowser Junior! Inkling! Welches Stage bekommen wir denn jetzt? Okay, so eine Xenoblade Stage. Kommandos out! Das war's. Ach du Scheiße. Der hat die Stage kaputt gemacht und ich muss erst mal meinem Bro helfen. Mann, stirb doch, Lucario. Oh, und hier auch noch kaputt, ey. Scheiße. Aber wir haben doch noch gewonnen. Aber wir haben doch noch nicht SONIC, seid ihr bekloppt? Ach, ja, ach, lad doch die Stage einfach. Boah, diese Stage ist beschissen für acht Leute. Oh Mann, was ist hier los? Stierp. Komm schon. Ja, okay, Boah, du hast ihn. Ja. Gleich drei auf einem Schlag. Komm schon. Stierp. Okay. Boah. Scheiße. Weißt du simpel. Aus. "'Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum.'" Boah, ist das aufregend! So, acht auf einer Stage! Äh, Gott. Whitley! Bei dem muss ich mittlerweile immer mehr ans Locker-Denken aus Castlevania 4. Ach ne, da ist jetzt hier rum starten, da bist du! Boah, das war beschissen, ey! Das ist ja so unnötig! Komm schon! Komm her, du Sau! schir看! founder gewinnen einem Ja, wieso war ich denn da unten? Das ist doch voll gemein. Okay, das war dann E. So, eins noch und dann beende ich die Aufnahme. Mega-Millen! Mega-Millen! Eins, zwei, eins, los! Fass! Wow! Wir haben einen Bro aus der Stage, der gekickt. Dafür gibt es die Höchststrafe. Das war Lektion Nummer eins. Hot Quatsch! Hot Quatsch! Ach so! Nimm meine Axt! 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 Ganondorf! Okay. Axt! Nimm mal der Nackst! Und küsst die Peitsche. Ah! Okay. Ich hab's kapiert. Stirb! Varios, setz ihn ein! Schnell! Dankeschön! Du bist mein Retter in der Not. Wo bin ich denn jetzt? Ach, da unten. Vorbein! Okay, jetzt bin ich immer noch bei 18 Minuten. Team Smash! Richter! Richter! Schnell! Ach Gott! Captain Falcon! Show me your moves! Show me your moves! Flintstar Pit! Ach nee, nicht die! Nicht Corin! Oh Gott! Hey! Buzack! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was ist das denn für eine bescheuerte Stage? Aber was ist das denn für eine bescheuerte Stage? Habe ich hier überhaupt keinen Durchblick? Okay, ich folge dir. Oh Gott, was ist hier los? Ach, hau doch ab, du blöde Palutena! Oh nein! Okay, die 30 Minuten sind um. Jetzt beende ich die Aufnahme, ciao, ciao!